was geht leute herzlich willkommen bei der ersten folge von jetzt ist jetzt hat einer counter strike angefangen egal bei der ersten folge von let's play 2 mit dabei ist der flo und rapid fire der wird aber träger genannt und wir starten einfach mal ne man genau als ich angefangen habe hatte ich angefangen habe hatte allerdings gestartet konter strike wie viele tage hast du eingestellt also was habt ihr also wir haben zwei ärzte dabei das ist gut und eine muni und eine muni ok florian hat wahrscheinlich die monine ja trigger hat Arzt und ich habe Arzt alles klar wir brauchen noch einen vierten so einfach Schwierigkeit sehr hoch Tauber Du willst uns also sofort verrecken lassen ja mann Jaffi sag dich so was teuer was machen jaja eigentlich war so jetzt hiebs auch von uns lauft nicht so nah an den Polizisten vorbei du hast immer da diese Fragezeichen wenn die zum ausrufezeichen werden aber verkraft musst du weg gehen ganz schnell von dem ey komm wir müssen sowieso nur alles kaputt machen also Achtung da vorne steht schon ein Kopf der mit der Mütze und noch eine oh da kommen wir nicht vorbei einfach hier hoch Alter kommt hier an der Seite hoch wieso gehen die Rolltreppen denn nicht ne das hört sich an zu fahren warte ist jemand achso okay sag Bescheid wenn ähm die Frau die Masken aufsetzen wollt warte ich gehe wieder ich würde dann sofort den Typen hier festnehmen also ähm ich bin beim Lamborghini wir können jetzt starten warte 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 also ich hier bleibe passiert ja Flo ähm geh du mal da hinten in den Raum oder ne warte geh irgendwo hin wo teure Sachen drin sind die du kaputt machen kannst ah Fragezeichen ähm hier ist kein Land mit wertvollen Sachen äh sind Taschen wertvoll? ne guck mal da wo die Computer drin sind da sind so Laptops drin äh ja hier Flo hier neben den also hier hier schießt du dann einfach gleich die Laptops klein ah ok oder noch besser noch besser noch besser Flo die sind sogar Kopfhörer Flo Flo ja geh doch ähm hier rein dann kannst du sofort den Bohrer machen wo rein? hier rein da wo die Frau steht ist ein Bohrer den setzt du dann sofort ein ah Bulle äh egal ich warte einfach was da unten ist ein Tresor achso lol der ist nicht da ja ganz genau das wollte ich gerade sagen lol da müssen wir jetzt Tresoren sind nicht immer an derselben Stelle ja hab ich gerade auch bemerkt suchen wir jetzt ein Tresor soll ich jetzt doch zum äh ja warte ich guck mal ob hier ein Tresor ist ja hier ist ein Tresor gut dann machst du gleich die Laptops kaputt und setzt dann den Tresor ok beeilt euch bei mir kommt man jetzt nicht gleich rein äh nein die kommen nicht rein also hier ist ein Tresor ah ok gut wir wollen können hier nein 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 ich bin noch nicht in meinem Raum oh Gott was macht die Polizei denn immer so lange er macht sich sein Schuh sauber haha warte einen Moment ey du kommst jetzt nicht hier hin du kommst nicht hier hin ok oh die Figuren in Zeit gehen hier sogar das ist cool mhm also sag wenn ich die Kaki auch setzen soll ja erst wenn der Bulle hier weg ist hallo mann wieso darf ich mich nicht bücken ah die Tresor sind die denn oh Schmuck Schmuck ok du hast doch kein Preis ey Bulle geh weg also wie lange brauchst du denn der Bulle geht nicht weg naja steht hier noch vor dem Fenster mann sofort den Typen hier festnehmen also sag mal einfach wenn wir die Auburn ist jetzt auch einer aber er geht an den Lärm vorbei ja geh lieber weiter ja ok ich glaub nicht dass er weg geht er sagt wenn wir die Massen aufsetzen wollen ja jetzt aufsetzen ja ja ok ok ab dem Bohrer macht schön die Fensterscheiben kaputt hier ist auch ein Tresor den mach ich mal nicht ok 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 der Bohrer dauert 180 Sekunden da ist ein Tresor in der Bocini rum da ist ein Tresor? hm ok warte ich mach den ich hab schon achso ich bin ja da in dem Raum achso ey ist das normal meine Pistole ne die hat mehr Schuss als meine AK also in einem Magazin oh ich hab in diese Dingspistole diese Schnellschusspistole du hockst ja noch schon rum ne falls einfach nicht gefangen wird ne oh ja ach ja hm 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 dem doch alles sicher eh gut ist man der der bin ich runter Ey, der Ey, im Ernst, ich töte den gleich Der widersetzt sich mir Oh, hier ist der Schnitzel Oh man Oh man, ich wünschte ich hätte C4 Wir haben 40.000, nice War doch gerade ein Bulle hinter mir Okay, ich hätte jetzt den Munitionsball hören Ja, wenn du den brauchst Oh, bei mir ist gepantert, der Polizei Mir ist irgendwie nix Oh, Sniper Okay, down Oh Im Uhrengeschäft sind Polizisten Okay, ich muss kurz den Bohrer reparieren Nicht mal lange Der Biden ist schon fast voll Der Bohrer hier braucht noch Alter Bei mir noch 40 Sekunden Der Bohrer hier braucht noch Ich muss den noch eben nochmal neu reparieren Wir haben vier Geiseln, das ist gut Ja, ich hab zwei bei mir im Geschäft Ich hab auch zwei Ich hab Ich hab nur eine Einer ist mir entkommen Hä? Aber der hier ist immer noch Also ich hab Ich hab Ich hab einen, wirklich Zwei Sniper ziehen auf mich Oh mein Gott Ein Sniper ist weg Okay, danke Wo ist der andere Sniper? Ich weiß, dass zwei auf mich gezielt haben Wenn wir C4 hätten, könnten wir die Tresoren auch aufsprengen Ich weiß Aber hat einer von der C4 Okay, mein Bohrer ist fertig Nein Ja, meiner ist jetzt schon zum vierten Mal oder so kaputt gegangen Präparier meinen Grab Wir müssen mehr kaputt machen Ja, weiß ich Okay Scheiß Schwierigkeitsstufe, ey Der Tresorki ist so übelst auch kaputt, ne? Ich geh in diesen Laden und Ja, mach ein bisschen kaputt Okay, noch 23 Sekunden Ich mach jetzt hier weiter Links kaputt Ich mach hier Glaubt ihr, dass Wein wertvoll ist? Stimmt Von Aus dem Jahre 1917 Ja Oh, ich brauch Hilfe in den Lamborghini-Laden Ich bin euch down Mich muss einer wiederbeleben Nein Ich hab keine Munition mehr Ah, ich hab auch keine mehr Ah Oh Kann mal einer von euch in den Lamborghini-Laden schnell kommen? Ich lieg auch Im, äh Fitnessladen hier Neben dem Apple Faker Shop Ja, lustig Zehn, zehn Sekunden, dann bin ich gefangen genommen Ach Ja, toll, jetzt wurde ich weggesniped Oh Oh Ich bin auch gefangen Nein, nicht euer Ernst Dann spiel erst mal safe Wir sind in einer Minute wieder da Ey, ich hab keine Munition Man versteckt dich, spiel safe Warte, wir haben noch die Geiseln Ja, wo? Hier ist eine Äh, im Faker Store waren Hier ist eine Geisel Aber die kann ich nicht ent, ähm Dingsen Alter, Wolf kriegt voll aufs Maul Oh 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 Wolf ist auch down Fähigkeitspunkte vergeben Oh 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 Ähm Ich glaub dafür Hast du keine Zeit Geh nämlich sofort weiter Geh sofort wieder Ja, du hast recht Okay, wir müssen das wesentlich besser hinkriegen Ja Ja Fail Egal Lass mal gleich hier das Treppenhaus hochgehen, dann müssen wir nicht an den Polizisten vorbei So Wo das Treppenhaus Äh Ich glaub das geht gar nicht Oder? Jo Das werd ich dir ja nicht auf Da ist sie Garage Au Au Komm, wir gehen mal hier aufs Männerklo Geht nicht Gehst du aufs Männerklo Ach, das war da grad Dann muss mal Ach, hier ist auch das Treppenhaus Ah 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 Wen haben wir denn jetzt verloren? Brasil Egal Okay, da ist schon mal ein Polizist Da gehen wir nicht vorbei Und wir gehen alle ins Schmuckgeschäft Also hier ist schon mal kein Tresor Ne Guck mal im Lamborghini Haus Mich Oh Gott, die Bullerei Ah ne, das geht nicht, da steht ein Polizist davor Weg ist es, da kommst du nicht rein Jetzt Hier ist ein Tresor Hier ist ein Tresor Hier ist ein Tresor Hier ist ein Tresor Der ist aber meistens leer Also wir sollten gleich gucken, wo wir uns vercampen können Wenn alle angreifen, wo wir halt ein bisschen safe sind Ich würde sagen, in einem Schmuckladen da hinten ganz gut Ich hab ein Tresor Zaschelnaden Hier kann man ziemlich gut campen eigentlich Ähm Ja Die Frau hier bückt sich schon Ja, sie hat Angst Da wird der Passi wieder ganz spitz, ey Wenn sich die Frau auf den bückt Also hier ist ein Tresor, ne Bleib mal hier Ey Weg da, meins Ich hab hier einen HG-Laden Brauchen wir HG? HG, frisches HG Jetzt einfach die Moskau auf Nein Hast du Angst? Schlump Also wo waren jetzt die Tresor? Bei mir ist einer und wonach? Lamborghini Haus Ja, da musst du einen, nein, ist Lamborghini Haus Ich, meins Lamborghini Haus Wieso heißt das eigentlich Lamborghini Haus? Sind da nur Lamborghinis da was? Nein, weil da ein Lamborghini drin steht Achso, geil Guck mal drüben im Telefonladen Da ist meistens auch immer mal ein Tresor Wieso muss Ey, ich war hier als erster Geh du Ja, ich denke, wir wollten uns zusammen vercampen Scheiße Oh Ich hab mal meine Maske aufgesetzt John Okay Ich hab ein Bohr, ein Bohr hab ich mir jetzt Ich hab zwei Geisern Eine ist ja nur leider Ich konnte eine Geiser nehmen Wenn man ans Fitnessschuh hier rein Ich hab eine Ich wurde gefragt, ob ich mit jemandem Left 4 Dead spielen will Will ich aber nicht Bücken Oh, ich hab noch eine Ich hab zwei Okay Ich geh in den Schmuckladen Ja, ich hab hier Gleich vercampen wir uns alle am gleichen Ort Den Schmuck geklaut Bin dabei Alter, es dauert noch ein bisschen mit mir Okay Was soll ich nehmen? Ohrringe Uhren Uhren Das hier Ich nehm Uhren Ich glaub Uhren sind Selten Wichtiger als Ringe, oder? Ich weiß es nicht Okay Vercampen tun wir uns wo? Ich hab doch in dem Geschäft da Bei dem Dingsgeschäft? Im Uhrengeschäft Oder zum Lamborghini Ich würd sagen Beim Uhrengeschäft Da kann man sich In so eine Kugel rein Oder beim Lamborghini Aber also Ich würd lieber weiter vorgehen Vielleicht sogar ins vierten Studio Weil da können wir direkt Die Rolltreppe hochkommen Wex Toll dann Ja Und wir sind näher am Spot Wenn der Helikopter kommt Ja hier sind wir genau Vor dem Spot Wo wir Beim Lamborghini Ne ne Doch das Spot ist da wo du bist Hier ist der Spot Da wo der Floh ist Ist der Spot Halleluja Okay ich bin jetzt hier Wieder den Bohr haben Auf dem Hier ein Slipers down Da Boah diese gepanzerten Polizeieinheiten halten Nur auf ihn auch sei Äh 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 Komm noch 23 Sekunden Ich habe in meiner Pistole, glaube ich, keine Munde mehr. Okay. Komm, noch vier Sekunden, drei. Aber wir haben, glaube ich, noch nicht genug kaputt gemacht. Ja, einer muss hier hinkommen. Hier ist was Großes. Hier ist Großes Geld. Wo? Hier, im Tresor. Aber ich habe ja schon was Großes drin. Wo denn? Der im Tresor. Welcher? Welcher Raum? Guck doch mal, wo ich bin. Hinter dir. Der gelbe Name oder was auch immer meine Farbe ist. Ich habe jetzt erstmal die Ringe genommen. Nein, du sollst doch das große Geld nehmen. Und nicht die Ringe. Ja, dann werfe ich jetzt den Schmuck weg. Ich nehme jetzt das große Geld. So, Geldtasche. Hier muss ein Sniper. Okay, der Tresor war gar nicht. Halb, er ist weg. Okay, Flo, kommt zu uns. Alter! Oder... So, wir haben nur kaputt gemacht. Lass uns wirklich in den Lass uns ins Fitnessstudio. Nein, das ist viel zu unsicher, Mann. Nein, das ist übel sicher. Das ist aber die Halbarmie, doch, Mann. Hier kann man sich aber auch noch hinten rein campen. Wenn du eins... Aber hier ist leider nicht noch... Ich lege hier in Medica... Äh... Ja, lass uns die Taschen hier versammeln. Doch, hier die Taschen da hinten rein. Ich habe Medica hier hingelegt. Bei mir knallig sein. Da hinten hier. Flo, guck mal, hier liegt Medica. Okay, gut. Kann man noch mal eine Munition reinwerfen hier in den Raum? Flo, da hat man mich. Die liegt schon im Dings im, äh... Wo liegt die? Im, äh, Taschenlamm da. Wieso? Ja, weil ich gerade welche brauche, ich wurde von mehreren angegriffen. Ich glaube nicht, ich bin. Oh, du Lappner. Ja, sorry. Ich muss ja nicht, dass wir uns hier... Na, mit dem Taschenlamm wollten wir auf jeden Fall nicht. Das hätte ich mir immer sagen müssen. Ja, was... Äh, Slipershow. Ja, da müsst ihr jetzt... Die Muni an hier ist, hier ist ja... Die Muni ist ja jetzt nicht so weit weg. Hey, wo ist die Muni? Lo, Muni ist leer. Im Ernst. Ja, dann muss das auch sein, was die Bulle in der Reiche fallen lässt. Ja, machen wir schon. Arrr. Rennen! Boah, da kommen Gefanzer der Vollzei-Einheiten. Alter, die werfen bei mir die ganze Zeit Böller. Werf die Tasche! Werf deine Tasche hier hin! Trigger! Trigger! Ja, warum denn? Ich kann doch eh schnell genug laufen. Ich hab doch den Skill, dass ich schneller laufen kann mit Taschen. Okay. Oh, low money, low money, low money. Boah, Flash-Granate. Sind die auch... Alter. So, schnell zum Helikopterplatz. Kommt schnell. Äh. Kommt schnell, ich sterbe. Pasi! Ah, ich bin betäubt! Pasi, komm! Ich bin unterwegs. Ich bin nicht tot, Pasi! Ja, ich bin... Ist nicht schlimm, wenn ihr in dem Kreis down seid. Wenn's geschafft! Oh, ne, ne! Ist es nicht schlimm, wenn ihr in dem Kreis down seid? Ist es nicht schlimm, wenn ihr in dem Kreis down seid? Ja, mein Freund! I've got now on protection business! Yeah, Level 6! Boah, das glaub ich in der Fall ist Punkt 1! Alter, das glaub ich echt Fehler! Level 8! Hammer! Level 8! Alter, das glaub ich in Level 6 jetzt, von Level 2 auf Level 6! Und was zieh ich? Was zieh ich? Was zieh ich? Was zieh ich? Ich zieh ja... Ähm... Ne Maske! Oh, ich hab Waffen-Mod. Schwarz-Blatt-Grün. Farbe. Ja, das ist für ne Maske oder für ne Waffe. Keine Ahnung. Toll! Herr Sackleinen! Der Herr Sacklein! Okay, dann würde ich auch erst mal sagen, das war's dann für die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen hoch. Über ein Abo würden wir uns auch freuen. Einen Kommentar natürlich, ne? Und dann würde ich auch mal sagen, bis dann! Ciao! Voll arm silly!